Herzlich Willkommen im regionalen Alterszentrum Rohrdorfer Berg-Reustal in der Gemeinde Fislisbach. Seit 1976 bietet das Alterszentrum betagten wie auch pflegebedürftigen Menschen ein wohnliches und gepflegtes Zuhause. Über 100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter arbeiten rund um die Uhr für das Wohl unserer Bewohnenden. Bei uns haben sie ihre eigenen vier Wände in unterschiedlichen Wohnformen. Sie wählen, welche ihren Bedürfnissen entspricht. Sollten sie pflegebedürftig werden, so passen wir die individuelle Pflege an. Sie haben das Bedürfnis unter Leuten zu sein? Dann genießen sie ihr Essen im Speisesaal oder in der Cafeteria. Ist ihnen mehr nach Ruhe, so können sie in ihrem Zimmer speisen. Bei uns kann sich jeder Bewohner den Alltag nach seinen Wünschen gestalten. Wir organisieren Spielnachmittage, Konzerte, Gymnastik, Ausflüge und begleitete Spaziergänge im Park, Werk- und Kochkurse, Gedächtnistrainings, Kinonachmittage und vieles mehr. Im Raum der Stille können sie an Gottesdiensten teilnehmen. Haben wir ihr Interesse geweckt? Dann melden sie sich zu einer Hausbesichtigung an. Gerne beraten wir sie in einem persönlichen Gespräch. Wir freuen uns auf sie.